1. Korinther 13, Nehmers bei 4 auf Sie freut sich aber an die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. In diesem Video werden wir uns eine Art Dreieinigkeit ansehen, die uns unser Apostel Paulus hinterlassen hat, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. In 1. Korinther Kapitel 13 lehrte Paulus, dass die übernatürliche Kommunikationsgaben, die Gott die frühen Kirche gegeben hatte, aufhören würde. Es heißt, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Was ist da so, das Vollkommene, was ist das Stückwerk und was bleibt? Schauen wir uns das an. So, immer noch 1. Korinther 13, Nehmers bei 8 auf Die Liebe hört niemals auf, aber sei es Weissagung, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir Weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Okay, hier sind wir bei, wo ich meine, die griechische Herkriege, 1. Korinther 13, 8. Machen wir das in Deutsch? Die Liebe hört niemals auf, doch die Prophezeiungen hören auf, das Reden in Sprachen oder Zungen wird aufhören und die Erkenntnis wird verschwinden. Die Schlachter hier übersetzt es so, die Liebe hört niemals auf, aber seien zwei Sagungen, sie werden weggetan werden, seien Sprachen, sie werden aufhören, seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Also schauen wir uns den Strongs nochmal an und was die bedeuten. Hier, The King James übersetzt Agape als Charate, also Charati, Wohltätigkeit, komischerweise, aber das ist nicht unser Ziel jetzt. Also, niemals scheitert, Prophezeiungen. Strongs G, 4394, Profetaja. 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 So, sie werden scheitern. Zungen. Glossa. Strongs G, 1100. Glossa. Glossa. Glossa wird aufhören. Wissen. Gnosis. Strongs G, 1108. Gnosis. Gnosis. Es wird verschwinden. Sie wird weggetan werden. Sie wird weggetan werden. Also Erkenntnis, Zungen und Prophezeiung werden weggetan werden. Aufhören, weggetan werden. Was bleibt? Was bleibt? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte davon ist die Liebe. Die Charité, Wohltesigkeit oder Agape in Griechisch. Es heißt also, die Gabe der Prophezeiung, die Gabe der Sungrede und die Gabe der Erkenntnis verschwinden würden, sobald der Heilige Schrift vollständig sei. Jetzt schauen wir uns Kolossa 1, 25 in den Elbefeldern an. So, Kolossa Kapitel 1, nehmen wir 24 auch mit. Okay, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von der Bedrängnisse des Christus für sein Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Wow! Hat Paulus das Wort Gottes vollendet? Jein, er hat zwar nicht die Offenbarung geschrieben, aber mit 2. Timotheus, das war der letzte Brief, den er geschrieben hat und somit hat er das Wort Gottes für uns, die Kirche, also seine Briefe vollendet. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern hier verborgen war, jetzt dabei sein Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter der Nation sei. Nation ist ein anderes Wort für Heiden. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vers 27, schauen wir das an in Schlachter. Das wird bestimmt Heiden sagen. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist der Liebe. Nach diesen drei Prinzipien würde die Kirche der Leib Christi handeln. Die Grundlage für die heutige Kirche sind Glaube, Hoffnung und Liebe, wobei die Liebe die größte davon ist. Alle Prophezeiungen sind bereits geschrieben worden und wir sollten sie niemals ergänzen, wie es viele falsche Propheten mit ihren sogenannten prophetischen Wort tun. Davon gibt es viele. Es gibt sogar prophetische Schulen und Leute, die Kurse anbieten und Geld nehmen natürlich, um andere beizubringen, wie man prophezeit. Aber die Bibel sagt deutlich, dass diese Gaben aufgehört haben. Dieser Unsinn stammt aus der neuapostolischen Reformation und der charismatischen Bewegung. Diese Leute sind Schlangölhändler, einfach nur Scharlatane, die dem Gier nach Geld nachgehen. 2. Korinther 11, 13 Denn solche sind falsche Aposteln, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihrer Werken entsprechend sein. Sie sagen, so spricht der Herr oder Dinge wie, Gott hat mir gesagt, ich soll dir sagen oder der Heilige Geist hat mir eine Botschaft für dich gegeben. Dies ist meistens mit einer finanziellen Verpflichtung verbunden. Es ist falsch, blasphemisch und sehr gefährlich. Diejenigen, die das Amt oder die Position eines Apostels hatten, wurden speziell von Jesus Christus auserwählt. Markus 3, 13 durch 19 findet man die Aposteln. Der Ersatz für Judas ist in Apostelgeschichte 1, 20 durch 26 zu sehen. Um ein Apostel zu sein, müsste die Person Jesus physisch gesehen haben. So, Apostelgeschichte 1, 20 durch 26 Denn es steht geschrieben im Buch den Zahlen, Seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein andere. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein und ausging, von der Taufe des Johannes bis zu den Tag, da er von uns hin weg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Säuge seiner Aufstehung werden. Und sie stellten zwei, da Josef genannt, Barzabas, mit den Beinamen Justus und Matthäus. Und sie beteten und sprachen her, du kenne alle Herzen, zeige an, welche von diesen beiden du erwählt hast, da los dieses Dienstes und Apostelamt zu empfangen, von denen Judas abgewichen ist, und hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthäus, und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Beachten wir in dieser Passage, dass Judas Position als Amt bezeichnet wurde. Es sollte auch beachtet werden, dass Paulus von Christus auserwählt wurde. 1. Korinther 15, 8 und 9, Galater 1, 1, 2, 6 durch 9. So, 1. Korinther 15, nimm mir gut Kontext, weil unser Evangelium steht hier drin mit. Okay, unser Evangelium. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an den Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und, dass er den Käfers, das wäre hier Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch lebten, etliche aber auch entschlafen sind oder gestorben sind. Danach erschien er den Jakobus, hierauf sämtliche Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Vers 10 Der Prophet verkündete den Gläubigen des ersten Jahrhunderts. Eine Botschaft des Herrn. Diese Gläubigen hatten nicht den Vorteil, den wir heute haben, denn wir haben die vollständige Bibel, der Kanon, der Heilige Schrift zur Verfügung. Die Gabe des Weichsagungen war ein vorübergehende Gabe des Heiligen Geistes zur Grundlegung der Kirche. Propheten waren ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die Kirche. Epheser 2 So, Epheser 2, bevor ich anfange, die ersten drei Kapitel, die Epheserbriefs, sind sehr erbaulich für die Gemeinde. Okay, Epheser 2, nimm mal Kontext. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in denen der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in Herrn, in denen auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung in Gottes Geist. Im Laufe aller Zeitalter stellte der Herr begabte Männer Propheten zur Verfügung, die Botschaften Gottes verkündeten und sie für den Menschen niederschrieben, bis die Kanone der Heiligen Schrift vollständig war. Das letzte Buch des Neuen Testaments, der Offenbarung, wurde heiß, da ist am Ende des ersten Jahrhunderts festgestellt, soweit wir wissen, sogar 90 bis 95 nach Christus. Es gibt jedoch Spekulation, dass es vor 70 nach Christus geschrieben wurde. Paulus beendete unsere Lehre für das Kirchenzeitalter mit seinem zweiten Brief an Timotheus. Oder wurde die Offenbarung tatsächlich schon früher geschrieben und Paulus hat den Kanon wirklich fertiggestellt? Könnte Paulus wissen, dass Johannes die Offenbarung des Christus schreiben würde? Wie auch immer und vor allem wissen wir, dass die Lehren des Paulus für uns der Leib Christi sind. Wir sind keine Juden, wir sind Heiden. Der größte Teil des Bibelkanons handelt von Israel oder Juden. Der biblische Kanon ist vollständig und alles, was wir brauchen, ist in der Bibel. Heute leben keine Apostel oder Propheten mehr. Wer sie selbst so nennt, ist ein Hochstapler und Lügner. Matthäus 7,15 Jesus spricht. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Heutzutage übt niemanden in der Kirche rechtmäßig die Gaben des Prophezeiung, der Erkenntnis oder des Sungrede aus. Diese Gaben wurden durch Dinge ersetzt, die weit überlegen sind, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir sind durch das vergossene Blut unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, aus Gottes Gnade gerettet, allein durch unseren Glauben an das, was Jesus am Kreuz für uns Sünder getan hat. 1. Korinther 15,1-4 ist unser Evangelium das Evangelium der Gnade Gottes. Gott rettete Paulus und ernannte ihn zum Apostel der Heiden, Römer 11,13. Zu diesem Auftrag gehörte, dass Paulus eine neue Schöpfung gründen würde, die Kirche, den Leib Christi, wie wir sehen in Epheser 3, 1 durch 7. Das Geheimnis des Christus ist geoffenbart, ein Leib aus Juden und Heiden. Vers 1 Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi, Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft oder Dispensation der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Halt mal kurz an. Nehmen wir die King James dazu, das Text des Rezeptors. Vers 2 vergleichen. If ye have heard of the what? The Dispensation of the Grace of God. Der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört. Na, Dispensation of the Grace of God. Die Kirchenzeiteiter. Was Paulus gegeben wurde für uns, die Heiden. So, nehmen wir King James raus, damit wir es größer haben. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich so vor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Einsicht der Geheimnis des Christus erkennen, dass in früheren Generationen der Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seiner heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden mit Erben und mit zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch was? Durch das Evangelium. Dessen Diener bin ich geworden gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Eine neue Schöpfung erfordert neue Wahrheiten. Neuer Wein kann alte Weinschläuche nicht ertragen. Matthäus 9,17 Der Herr offenbarte Paulus diese neue Wahrheiten der Kirche, um seine neue Schöpfung zu leiten und zu verweiten. Paulus nannte diese Wahrheiten Geheimnisse. Um ein heiliges Leben und den Gehorsam gegenüber dieser Wahrheiten zu offenbaren, hat Gott Paulus als Vorbild für Gläubige zum Vorbild für ein christliches Leben geschaffen. Somit enthalten die Briefe des Paulus die gesamte Lehre der Kirche und sein Leben offenbart die Muster, dem wir folgen sollten, um ein heiliges Leben vor unseren Erlöser Jesus Christus zu führen. Zusätzlich zum Segen des vollständigen Wortes Gottes schrieb Paulus in 1. Korinther 13 über die Segnung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Wir sollten nach diesen Segnungen leben. Zwei weitere Passagen, die beide am ersten Brief des Paulus an die Thessalonischer zu finden sind, enthalten diese großartige Dreieinigkeit. Es handelt sich um die folgenden. 1. Thessalonischer 1,3 und 5,8 Paulus' Sprache, Werk im Glauben, Bemühungen in der Liebe und standhaftes Ausharren in der Hoffnung war die Sprache seines Gebets für die Thessalonischer. 1. Thessalonischer Kapitel 1 Hier spricht Paulus über Glaube, Liebe und Hoffnung. Vers 2 Wir danken Gott allerzeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, in denen wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, euer Bemühungen in der Liebe und euer stampthaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. 1. Thessalonischer Kapitel 5 Nehmen wir Kontext. Okay, Vers 1 Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nichts zu schreiben, denn ihr wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternicht, dass der Tag, wie ein Dieb überfallen könnte, ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Und hier ist es, Vers 8 Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit der Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Sollengericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Im letzten Vers, Vers 8, bekräftigte Paulus gegenüber den Thessalonischern den Glauben, der Hoffnung und der Liebe. Paulus betrachtete Glauben und Liebe als unser Brustpanzer. Ein Brustpanzer schützt das Herz, die Quelle des Glaubens und der Liebe. Hoffnung ist ein Helm, eine Rüstung, die den Kopf schützt. Die Hoffnung auf Erlösung ist der intellektuelle Kern unserer Erlösung. Gottes Versprechen, was wir sein werden. Herz und Kopf, Glaube, Liebe und Hoffnung, Dies sind die leitenden und schützenden Tügen der Kirche. Wir haben die Gewissheit der Erlösung und des ewigen Lebens, weil wir glauben, dass Gott tun wird, was er gesagt hat. Es ist wirklich so einfach. Christus hat das ganze Heilswerk vollbracht. Unsere Aufgabe besteht einfach darin, Gott zu glauben. Wir tun nichts, wir glauben. Tatsächlich wird Gott keine Hilfe oder Werke zur Erlösung annehmen. Wenn wir auf unsere Werke zur Erlösung vertrauen, wird er das nicht akzeptieren. Römer 4, 4 durch 5. Der einzige Weg ist, der den Gott erklärt hat, der ist nämlich der Glaube. Römer 4, nimm es bei 3 auf. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, den wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, den wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Zusätzlich zur Dreieinigkeit von Glaube, Hoffnung und Liebe stößt man in den Schriften des Paulus auf Kombination von Glaube, Hoffnung und Liebe. Die folgenden Passagen zeigen, wie oft diese Wörter aus den Federn des großen Apostels über unsere Erlösung und unser Leben in Christus flossen. Römer 5, 1 und 2 Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir ruhm uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Hier sehen wir in dieser Passage Glauben und Hoffnung. Galater 5 Nehmen wir Kontext. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Vers 5 Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Glauben und Hoffnung Kolosser 1 Nehmen wir es bei 21 auf. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in bösen Werden, hat er aber nun versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und festbleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter den Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Glauben und Hoffnung und Hoffnung. 1. Timotheus, Kapitel 6 Nehmen wir es bei 9 auf. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrecke und viele törrichtige und schädliche Begierden, welche die Menschen im Untergang und Verderben stürzen. Vers 10 Denn die Geldgier, merkt euch, die Gier nach Geld, nicht Geld selbst. Denn die Geldgier ist ein Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind von Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Du aber, oh Mensch Gottes, flieh diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit Gottes Furcht und hier ist es Glauben, Liebe, Geduld, Sanfmut, Liebe und Glauben. 2. Korinther 8 Nehmen wir es bei 7 auf. Aber wie ihr in allen Reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allen Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer andere auch der Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euren Willen arm wurde, damit ihr durch sein Armut reich wurdet. So, wieder bei Galater 5 Vers 5 lesen wir noch mal. Wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das war Glauben und Hoffnung. Und gleich im nächsten Vers. Denn in Christus Jesus gilt weder der Beschneidung noch der Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Hier ist Glaube und Liebe. Epheser 1 nehmt es bei 13 auf. In ihn seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihn seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit den Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Jetzt Vers 15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und von euren Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Es gibt noch viele weitere Verse mit Glaube und Liebe, ich werde sie in das Beschreibungsfeld einfügen, damit ihr sie lesen könnt. Römer 5,5 Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hoffnung und Liebe Paulus schrieb, dass die Liebe am größten sei, der Grund ist zweifach, Liebe verkörpert das moralische Gesetz, der Dekalog, den Gott den Juden gab, die Liebe fasst Gottes perfekte moralisches Gesetz zusammen. Die Liebe wird ewig, Glaube und Hoffnung sind Tügenden unserer heutigen Zeit, werden aber noch nicht verwirklicht. Der große Glaube und der große Hoffnung der Gläubigen ist die Verwirklichung der Erlösung. Wir haben aber Gottes Rechtfertigungserklärung, er hat uns jetzt schon für gerecht erklärt. Römer 3, 21 durch 26 Römer 3, 21 durch 26 eine der besten Passagen in der ganzen Bibel. Die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 21 Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von den Gesetzen und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu ein und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Söhnenopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er den Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertiger, der aus den Glauben an Jesus ist. Für die Mitglieder der Kirche des Leibes Christi wird dies bei der Entrückung geschehen. Die Entrückung ist unsere große Hoffnung, die glückselige Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. Titus 2, 13 Titus 2, nimm es bei 13 auf, in denen wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst vor uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst sein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, dieses sollst du lernen und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Bis zur Entrückung agieren wir im Bereich des Glaubens und der Hoffnung. Sobald die Entrückung geschieht, werden Glaube und Hoffnung verschwinden, denn sie werden verwirklicht sein. Aber die Liebe wird für immer bestehen bleiben. Wir werden Gott und unseren Nächsten immer lieben wie uns selbst. Deshalb ist die Liebe der Größte der Drei. So, das war's für dieses Mal, liebe Geschwister, ich hoffe, es war ein Segen für euch alle. Ich liebe euch alle im Herrn. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Drei Vielen Dank.